Und herzlich willkommen zurück in Skylanders, Spiral Divendors. Wir werden jetzt als erstes, wo wir hier so was schon draußen haben, das Wasserlevel gehen. Du brauchst einen Wasser, Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Das wäre hier so gut. Ja, das wäre hier so gut. Ja, das wäre hier so gut. Ja, das wäre hier so gut. ich habe gerne in die kommentare schreibt du brauchst einen technologie skylander um dieses tor zu öffnen ob sie hüte aufgesetzt haben sollen und welches geile das ihr gerne macht ansonsten werde ich das immer so machen dass ich dann ein neues Limit nehme wenn wir so welche Tore binden am besten kommen wir an die die wir bis jetzt verschoben als Karten außer uns kommt demnächst zum Beispiel ein Feuerportal und wir haben noch irgendwo ein Feuer ich habe leider alle bis um einen aus den ersten Teil Sunburn und das einzige Addon aus dem ersten Teil empfehlen was ist denn endlich alle da also schießen bei e-mail er ist mit Kasten neu bei Amazon ja was ist denn ja was ist denn wir haben ein Anlass aber wir gehen zurück wow auch auch ein bey auch ab aber findest du noches Die königliche Palast der Mabu ist verschwunden. Und oh nein, da! Die königliche Familie steckt fest. Du musst sie retten. Ich bin ganz alleine! Sieh ich. Sieh ich. Warte mal. Sieh ich! Sieh ich! Nein! Ich hab es nicht in der Masse. Wir schauen mal nach. sammeln wir haben alles gefunden geschafft in unter drei minuten danke skylander wie ihr auch kennen könnt als der trier happy den ich auf dem portal stehen du hast es geschafft dank dir konnten alle dorfbewohner rechtzeitig evakuiert werden das ist erst der anfang es gibt berichte von schrecklichen katastrophen überall in den skylands und der fisch war glaube ich auch aus dem dritten teil ja und es wird noch eine geben wenn wir nicht in die gänge kommen der wirbelsturm erreicht uns oh stimmt wir sollten uns in sicherheit bringen ich erkläre unterwegs alles der heitet so schön hier eine bombe kapitel 1 rette die doppelwohner geschafft so lange man sich erinnern konnte wurden die skylands von den weisesten und mächtigsten aller wesen beschützt den portal meister und der beste von ihnen war meister ihr er und seine skylander beschützten den lichtkern seit jahrhunderten hatte der lichtkern die welt bereichert und die finsternis in schach gehalten die ultimative macht des bösen aber jetzt war die und der letzte portal meister und da er im alter immer schwächer wurde wusste er dass die finsternis früher oder später zurückkehren und da ist der eon die wolken stimmt etwas nicht hast du schon mal erlebt dass finstere ominöse wolken gutes verheißen zukunft hier an deinen platz jugo skylander die finsternis ist eingetroffen ich bin es ich wollte schon lange auf diesen tag um drachen zu nehmen bald werden jahre vor mir niederknien chaos chaos ich hätte es ahnen sollen und was hast du mit deinem kopf gemacht das sieht lächerlich aus ach mein kopf ist ehrfurchterregend sag ich dir fürchte ihn fürchte meinen riesigen schwebekopf siehst du ich hab ja gesagt er ist nicht bruselig genug hu haas du verkaufst mir die böse laune es reicht du dachtest wurden ihr Ich habe es dir schon mal gesagt, Chaos. Du bist ja machtlos und die Finsternis genauso. Und ja, wirklich? Das sind wir sehr. Skylander. Skylander. Wie ist das? jetzt habe ich es wir verlieren starten wir jetzt also plan b ich habe eine viel bessere idee nehmen wir und an dem tag wurde der lichtgern in die weiten des universums gesprengt und die skylands verloren ihre größten beschützer aber es gibt noch mehr zu erzählen die skylander trieben immer weiter und weiter von der skylands fort er wurde zum geist ohne seinen körper konnte er nicht gegen chaos und die finsternis kämpfen aber jetzt haben wir ja dich junger portalmeister den portalen sei dank wir sind heil geblieben also wie du siehst ist der lichtkern zerstört und die skylands sind in großer gefahr der wirbelsturm war sicher kein zufall das ist das werk von chaos chaos der geht mir echt gegen den strich wenn ihr es mit chaos aufnimmt bin ich dabei das freut mich flin kelly will uns auch helfen kelly von dem mädel habe ich schon einige dinge gehört interessante dinge wenn sie dabei ist wenn ich doppelt dabei klasse wenn du bereit bist geh mit flint zum gefährlichen grasland ich mache den ballon schon mal stark klar und wenn du noch mehr von diesen 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 schafen mit links werde ich die nie verzeihen schafen sprich mit flint das werden wir einmal tun wir gucken jetzt einmal um hier hier können wir noch nicht so viel machen alles noch zu was haben wir hier ach hier sind die drei elemente das können wir mal machen das wird braun als erstes mit dem drachen an mit dem drachen mit dem drachen da haben wir wieder trigger habe mit dem drachen mit dem drachen ein bisschen was der Fisch und einen kriegt auch noch alles abgefeuert hey du bist ein skylander oder oder das ist so cool wie du meine familie gerettet hast wenn ich groß bin will ich genauso sein wie du schaub so an der stelle sage ich auch wieder falls euch das Video gefallen hat lassen wir uns doch mal oben da wenn nicht dann nicht vergesst nicht oben links geht es dann zum dritten Teil und oben rechts wird es zum ersten Teil gehen bis später